Willkommen auf meinem Kanal. Wolltet ihr Märchen? Abonniert mich einfach. Also als ich damals ein Flüchtling war, war ich stolz darauf, Schutz gefunden zu haben und habe mich auch gleich angepasst. Das haben die heutzutage verlernt. Ja, was soll ich sagen? Okay. Sag mal, störst du? So. Meine Güte. Sie haben mich nicht draufgeben wollen. Hat er seinen Sack irgendwo verloren? Ich weiß, es hört sich falsch an, aber... Ich weiß nicht, ich muss das Rätsel mit diesen Steinen noch lösen. Nein. Ich muss das Rätsel noch lösen. War ich hier nicht auch noch ein paar Gegner? Komm. Laufen. Nicht irgendwie... Machen. Ich mach die Gegner noch ein bisschen blatt und dann... Ah, das ist wie ich, ich bin. WLAN Stimmt, das war jetzt nicht so... Ja, wichtig. hier unten ist alles voller Spinnen die scheinen ja irgendwie immer nachzuwachsen so ja ok den schlimmsten den mach ich mal gleich Platz hier so ja natürlich ja da bin ich ja YouTube ist gleich weg ok ähm Mensch Alter du musst doch verschwinden Mann, dass das hier funktioniert teilweise ist noch so geh mir nicht auf den Sack das war ja echt der eine der war ja echt nervig hier jetzt geht es ich drück die ganze Zeit diese Funktion und da bewegt er sich nicht weg dann bewegt sich da einfach nicht weg da bleibt er stehen ich weiß es nach dem Motto trifft mich mal ihr könnt mir ja eh nichts ähm jetzt muss ich da unten durch ja komm hab dich nicht so lov Mensch ey bist doch eine Pussy bist ein Kerl äh ja ey ehrlich ne anstrengend so 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 ja komm ich hebe mir erstmal für euch später auf diese Superkräfte hier so oh da ist ja noch einer so so super ähm ja nur 10 Bonuspunkte ist das nicht ein bisschen schwach so ich bin voll die Hülle die Hülle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein ja das wird ein ganz schöner Spaß werden das wird ein ganz schöner Spaß werden aber ehrlich Mann Mann Meter Mann Meter Meter ist das anstrengend so so jetzt rennt aber weg so komm super nein was wollen wir denn nicht weinen von mir die wollen ja alle sterben die wollen ja alle sterben wa ähm ähm so irgendwas ist hier von hinten äh ich glaube ich sollte mich mal ein bisschen nach vorne bewegen da geht's weiter und hier geht's weiter ist das unheimlich ist das unheimlich da rein ehrlich ist das die Akromantula Höhle die Mr. Adley erwähnte das ist also der Flücht der Flücht oh Gott und das wird mir Spaß so ähm ja da na ja der ist ganz schön stark muss ich sagen meine Fresse alter was ist denn das hier so diese kleinen Nerven hier ähm ja komm lauf Mann Idiot ah Gott Gott powers äh Ja ich will gut jetzt bin ich die so lästige secke endlich los oh alter ich verstecke sie auch noch da hinter ja jetzt hier Ich bin froh, dass ich überlebt habe. Die große war ja nicht so schwer, aber diese fette war schwer. Diese kleinen, diese zwei kleinen, die haben mich da ganz schön echt angestrengt. Weltkater? Da? Da muss ich hin. Was hat der als Haustier? Ist der nicht ein bisschen krank? Finde ich zumindest. Okay, Bill Kauditz. Bye.